Voll und prall hängen sie am Weinstock, beschienen vom schönsten Sonnenlicht des Spätsommers. Die frühreifen Sorten Ortega und Bellaris sind reif für die Ernte. Die Duttweiler Weinprinzessin Hannah Spies ist seit 14 Tagen in Amt und Würden. Mit dem Refraktometer prüft sie den Oechstelgehalt der Trauben, also deren Zuckergehalt. Ergebnis 68, genau richtig für Federweißen. Ich freue mich wirklich sehr darüber, weil dieses Jahr ist es schon später. Früher haben wir am Anfang vom August angefangen zu herbsten und jetzt sind wir schon Mitte bis Ende August. Ich freue mich einfach auf den neuen Wein und freue mich drauf, den ersten neuen Wein bei uns dann im Weingut zu probieren. Die Trauben werden ganz unromantisch mit dem Vollernte aus dem Weinberg geholt. Rund 6000 Kilo sind es auf den ersten Schwung. Im Weingut Morguting werden die Früchte bereits sehnlichst erwartet. Der Familienbetrieb in dritter Generation vermarktet nach eigenen Angaben rund 100.000 Liter Federweißer. Das Hauptaugenmerk gilt freilich Weiß- und Rotweinen. Simone Gutting arbeitet seit 2008 im Weingut mit. Dem Lesestart fiebert die Betriebswirtin stets aufs Neue entgegen. Ja, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit Weihnachten. Auf einmal steht der Herbst vor der Tür und man ist immer ganz überrascht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein schönes Gefühl, weil letztendlich ist es ja die Ernte für unsere ganze Arbeit von einem Jahr. Vater Franz Gutting beschreibt den Reifeprozess der Trauben. Er erklärt, dass sich durch den regenreichen Sommer der Start der Lese verzögert habe. Anders als eben in den sonnenreichen, heißen Vorjahren. Ja, wir haben also dann aufgrund der Niederschläge natürlich stark mit Pilzkrankheiten zu kämpfen. Insbesondere ist es dann die Paranospora, also der falsche Mehltau. Aber der echte Mehltau, der hat auch seines dazu beigetragen. Und ja, es war nicht einfach, dann diesen Druck in den Griff zu bekommen. Die Blätter sind auf jeden Fall geschädigt. Und je nach Lage, unterschiedlich hier in der Pfalz oder auch in anderen Anbaugebieten, sind teilweise auch die Trauben vom Pilz geschädigt. Das heißt, es gibt dann da Ertragsausfälle. Dennoch rechnet der Winzer auf seinen 16,5 Hektar Anbaufläche mit einer normalen Erntemenge. Denn der viele Regen habe auch das Wachstum der Reben beschleunigt, die Beeren seien größer. Gutting glaubt an einen guten Jahrgang 2021. Die Qualität besteht darin, dass die Weine sehr wahrscheinlich sehr mineralhaltig werden durch die Niederschläge. Die andere Seite ist der Zucker, der wird etwas geringer sein. Und dann gibt es auch ein bisschen weniger Alkohol, ist ja auch nicht so schlecht. Simone Guttings Töchter Franziska und Antonia zählen zu den ersten, die den frisch gepressten Traubensaft kosten dürfen. Weinprinzessin Hanna verrät uns derweil, worauf sie sich am meisten freut. Also ich würde schon fast sagen, der neue Wein und die Zwiebelkuchen. Also das ist ein tolles Erlebnis jedes Jahr im Herbst. Da esse ich ganz gerne und trinke einen schönen neuen Wein. Mal rot, mal weiß, was halt gerade da ist. Egal ob weiß oder rot, etwa drei Euro müssen die Verbraucher für den neuen Wein berappen. Er wird in den nächsten Tagen zu haben sein.